Hi, hi Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit dem Juten Romjad hier bei Minecraft. Ja, ich starte auch direkt durch, wie man sieht. Ich habe nämlich vor, heute dieses Dorf, was wir beim letzten Mal so zwischen Tür und Angel gefunden haben, vielleicht doch noch irgendwie aufzutreiben oder zu finden. Und will mir dieses dann markieren und anfangen, dort einen Weg hinzubauen. Ich bin nämlich echt der Meinung, es war hier in der Nähe irgendwo. Natürlich immerhin noch, oder immer noch mit ausgeschalteten Monstern, ich glaube es zumindest, richtig friedlich. Ja, er hat den Grund, weil ich jetzt nicht irgendwie ganz böse überrascht werden möchte von einem Wertenherr. Creepermann, der meint, er müsste just for fun mal meiner Gegend explodieren oder näher. Also mit der Gegend allgemein habe ich noch sehr, sehr viel vor. Ich will noch einiges weichen müssen, einiges auch, was angepasst wird. So, da sind die Wuffis gewesen. Das ist auch eine Höhle, die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gesehen. Wenn wir zurückgekommen sind. Wahrscheinlich ein sehr langer Weg werden dann. Aber an Bauprojekten bleibt das nun mal nicht aus. Na komm. Das ist doch einfach schnell hinter uns bringen hier. Zack. Über die steinige Gegend, die haben wir beim letzten Mal auch gesehen. Oh, wird wahrscheinlich doch ein sehr, sehr langer Weg werden. Alter Hau-Ding, ey. Da legt man sich doch fast hier nieder. Hör doch auf. Er ist doch fast schiefgegangen hier. Gehen wir mal hier runter. So, jetzt die Frage. Wo ist die Wüste? Das ist vielleicht doch die hier. Wäre natürlich ultra cool. Das ist einfach mal hier abgammeln. Und das ist einfach mal hier abgammeln. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist ein Baum. Also es wäre gar nicht so verkehrt, hier wirklich ein Weg hinzubauen. Erstmal hätten wir dann hier riesengroße Sand vorkommen. Und zweitens dann auch das Dorf. Wird wir nicht nur immer wieder besuchen können, sondern auch den Handel dann treiben. So, na komm hier hoch. Jetzt habe ich hier natürlich die Top-Aussicht, aber ich sehe kein Dorf. Ich bin doch der Meinung, das wäre hier irgendwo gewesen. Kann nicht wahr sein, oder? Das fehlt hier in Game auf jeden Fall. So eine Markierungsoption für Wegepunkte. Ja, jetzt werden viele wieder ausschreien. Es gibt doch einen Mod. Ja, eine Mod ist ja auch gut und schön. Aber ich hätte es gern schon von Grundspiel aus. Nicht irgendwie durch Modifikationen. Ich mir irgendwo noch runterladen muss, oder so. Und da hinten ist auch noch eine Wüste. Naja, was heißt Wüste? Ein Satz mit X, das war aber nix. Die kleine Insel Sandhaufen. Wie sie auch bekannt wurde, auf jeder möglichen Art von Karten. 1763 entdeckt von Romjad. Und der sie auch direkt markierte. Jetzt wird es dunkel, aber ganz ehrlich, jetzt erstmal schiete der Hund druck. Kann eigentlich nicht sein, dass hier diese Drecksdörfer nicht irgendwo bei uns in der Nähe sind. Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass die hier irgendwo gewesen sind. Und ich bin einfach in die falsche Richtung gelatscht. Aber ich meine, wir wären von Richtung Monsterfalle gekommen. Ich werde mich jetzt da nochmal ein bisschen auf höhere Begebenheiten stellen und schauen, da vielleicht durch Glück etwas finden wird. Komm hier hoch und zack. Tja. Berge, Wälder, soweit das Auge reicht. Aber das war es auch schon gewesen. Autsch. Ich werde mich doch mal in eine andere Richtung begeben und schauen. Krass, ey, dass hier nichts sein soll. Krass, ey, dass hier nichts sein soll. Das ist die Insel, die ich hier markiert habe. Ja, dann machen wir uns mal Richtung nach Hause auf und gehen mal in eine andere Richtung. Autsch. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal aus einer anderen Perspektive an. Da hinten scheinen Fackeln zu sein. Oder das ist Lava. Hm, jetzt eine Fackel. Das sind wir auch schon unten drin gewesen. Hier sind überall Fackeln. Also gewesen sind wir hier schon mal auf jeden Fall. Nach Hause geht es da. Haben wir da vielleicht noch irgendwie was? Wahrscheinlich gleich die Schlucht kommen. Da oben ist es hell. Da könnte eine Fackel von uns sein. Hipp. Boah, da bin ich scharf, was mich so schrocken gerade. Auch ein Fackel von uns. Ach, hier ist es. Ich habe jetzt hier auch schon mal eine kleine Info. Es gibt ein neues Death Diary vom Entwickler von The War Z. Wo einiges an großen Update-Neuerungen für das nächste Update angekündigt wurden. Also sprich, man kann eigene Strongholds, also so als Save-Points bauen, eigene Gebäude. Wo man auch verschiedene Gebäude, wo man auch verschiedene Gebäude haben kann. Jetzt ist die Frage, können das andere kaputt hauen oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber Gebäude, das allein schon ist für mich Freude genug. Ein Spiel, wo man wieder Gebäude haben kann. So, ebenso ganz weit unten. Wenn man nicht genau mitliest, wird auch angekündigt, dass die eigenen Server kommen sollen. Die eigenen Server, wo alle Welt drauf wartet, um endlich ein Stück weg von den Hackern und Cheatern zu kommen. Sehr, sehr geil. Steht allerdings so nicht fest, was die kosten sollen. Deswegen muss man sich da auch weiterhin noch überraschen lassen. Muss ich denn mal schauen, wie das Ganze da preislich dann aussieht. Und je nachdem werde ich mit meinem Bruder und den Kollegen, wo ich ja das öfter schon gesagt hatte, mit denen würde ich auf jeden Fall noch zusammen zocken, mir einen Server mieten. Oder holen. Dass wir auch öfters Aufnahmen machen können. Und man endlich, ohne irgendwie großartig Probleme zu haben, loseiern kann. Und kann wirklich mal was von der Gegend zeigen. In den Städten und was weiß ich nicht was. Und dann, wenn das alles soweit gut laufen sollte, gut geklappt hat, werden wir auch gemeinsam Aufnahmen dann starten. Alles schon angelabert und dann schauen wir mal, was das noch geben wird. Oh Gott, ist das hinten eine Wüste. Es ist nur vereinzeltes Sand. Aber das war es dann auch. Keine Wüste. Nein, das ist keine Wüste Das ist keine Wüste Weil mir das hier so ein bisschen bekannt vorkommt Als hätten wir hier in der Nähe das kleine Häuschen, Hexenhäuschen gefunden Wo wir so strandmäßig eine kleine Bude gebaut haben Würde mich jetzt natürlich voll täuschen Zweiteres wird wahrscheinlich der Fall sein Gehen wir hier rüber Ich würde gerne wissen, wo dieses gewesen ist Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich beim letzten Mal noch gesagt habe Wir haben direkt um die Ecke ein kleines Dorf Bin ich mir hundertprozentig sicher Ich bin mal kurz hier lang Hier ist eine Wüste Hier ist eine Wüste Und da hinten Ist der Tempel Das ist auf unserer Insel So Da wo der Tempel war Ist irgendwo in der Nähe das Dorf gewesen Es wäre ein langer Weg, aber es mir wert Mal kurz auf den Tempel gehen und schauen, dass ich einen Überblick bekomme Hier sind wir gewesen So, da markiere ich mir die ganze Prolle hier mal mit Fackeln Jetzt suchen wir uns das Dorf hier Kompass haben wir dabei, es kann also nichts passieren, nichts verlaufen und keine Ahnung was Das Dorf war und fangen wir an uns den Weg dann irgendwie zu bauen Hier ist es nicht, Aua Jetzt wird es die Wüste so lange abgammeln, bis ich das Dorf gefunden habe Da ist nichts Da geht es wieder zum Dschungel Jetzt müssen wir hier oben kurz gucken Auch eine öle Landschaft hier Boah, kann doch nicht sein Ich werde jetzt dieses Dorf Finden, egal wie lange ich hier unterwegs bin Opa Scheiß Update vom Virenscanner echt Ich hoffe das Fenster da unten verschwindet Ich hoffe das Fenster da unten verschwindet jetzt Ihr könnt es nicht sehen, ich nehme es wahr Gut, es ist weg, sonst hätte ich mich mal kurz außer Game gemusst Gehen wir mal in diese Richtung hier Ist das der Tempel, den ich eben markiert habe, oder ist das jetzt ein anderer? Das ist mein markierter Tempel 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 Musik passt gerade extremst Ich werde jetzt mal kurz hier den großen Berg besteigen Boah, ich wollte schon sagen Besteigen und dann mal schauen Ob wir hier was sind Oder sehen Wie sie sehen Wie sie sehen, sehen sie wieder nichts Na toll Ich mach da mal kurz hoch Mach da mal kurz hoch Kann nicht sein, dass wir hier Wirklich nicht dieses beschissene Dorf finden Oder zumindest ein anderes Dorf finden, ey Es gibt so viele grüne Landschaften hier Wir sind wirklich da gespawnt, wo am meisten Schnee ist Warte mal vor, wir werden hier gespawnt Und hätten hier rundherum alles abgetragen Eine gerade Ebene gezogen So Cool Da werde ich aber nicht reingehen Weil ich habe anderes vor Wie gesagt, ich würde gerne das Dorf finden Kann ich irgendwie den Das müssen wir schon kurz in Auktion was gucken Äh, Grafikeinstellungen Ein Perfekte Ausweiche Beleuchtung Bla 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 Wolken aus, warum ich die Wolken aus Keine Ahnung Weiche Beleuchtung Irgendwo was mit Nebel gewesen Ah, okay, ich verstehe Jetzt könnte ich natürlich das mal ausprobieren Gering Winzig Weit Wir könnten jetzt natürlich Pech haben, dass ich gleich mal kurz neu starten muss Bleibt aber abzuwarten Jetzt baute ich gerade die Landschaft auf Und das mal kurz ab hier Ich meine 8 GB Ich meine 8 GB habe ich dem zugeteilt Naja, aber da scheint sich kein Dorf oder sonst was aufzutun Das ist die Wüste Das ist die grüne Einöle Hinten sind auch schwebende Blöcke Hinten sind auch schwebende Blöcke Hier Die können nicht brechen, ne Hinten sind auch schwebende Blöcke Wie könnte ich noch ein anderes Dorf finden würden hier Ja, Mehl ist gut. Ich hab wieder vergessen, dich auszustellen. Muss ich wieder bemerkbar machen. Geht da hinten die Wüste weiter, oder ist das ein anderer Wüste? Ein Brunnen. Ein Brunnen, ein Brunnen, ein Brunnen. Na ja, gut, ein Brunnen, aber leider. Kein Dorf in der Nähe. Zumindest keins, was ich gerade wahrnehme. Ne. Geht die Sonne schon wieder runter, ey, könnte man doch brechen. Geht mal hier durch den Spalt, durch die kleine Höhle da. Geht so schlecht aus hier. Seht nicht alles sehr geil aus, dem Wasserfall. Seht nicht alles sehr geil aus hier. Ich hab halt nur vor, bei dem Dorf, was bei uns in der Nähe ist. Geht. Bis zum nächsten Mal.